So, in die Entscheidung beim Giro gehen wir mal ein bisschen detaillierter gemeinsam rein, machen den Überblick. Senoboli natürlich wieder mit der Plus 5, Fitness 88%, Karl Engel heute mit der Tagesform 0, das könnte schwierig werden für uns. Oh, Kopfsteinpflaster auch nice, wird jetzt nicht ganz entscheidend sein. Ja, und jetzt würde ich natürlich gerne auch die Tagesform wissen, der Konkurrenz, das wäre interessant. Kann ich die Lupe nehmen? Nein, glaube ich nicht. Das war früher immer so, dass man das machen konnte, dass man einfach mal scouten konnte. Was hat der Typ denn für eine Tagesform? Es geht hier nicht mehr, oder? Die Lupe ist zumindest da weg. Zeitabstand messen. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Auf jeden Fall wichtig natürlich, was hat Pogaccio heute für eine Tagesform? Sein Team fährt jetzt erstmal von vorne, das ist jetzt kein besonders hohes Tempo. Vorne ist eine Gruppe weg, die wahrscheinlich auch relativ groß ist, aber nicht ganz so groß, wie man es vielleicht erwartet hätte. Scaroni wieder mit dabei, dann Simmons, Andrew August, der sicherlich der Favorit ist hier mit Hart zusammen. Sepulveda auch noch mit am Start. Die werden sicherlich hier die Favoritenrolle einnehmen auf den Etappensieg, das ist uns aber relativ egal. Wir sind gerade im Paso del San Bernardino, 25 Kilometer lang, 6% im Schnitt. Tempo ist nicht besonders hoch, wird uns sicherlich nicht allzu sehr tangieren. Dann geht es in den Paso dello Spluga, 9,1 Kilometer, 6,9% im Schnitt und der Schlussanstieg, 6,8 Kilometer, 9% im Schnitt. Der wird dann sicherlich nochmal ordentlich reinballern. Aber bislang ist alles hier sehr gemäßigt am Start. Joshua Thaling inzwischen bei Groupama. Ich glaube auch, das ist ein Transfer, der in diesem Leben nicht passieren wird. Hier hinten kommt Consoni, weiterhin für UAE, der ein bisschen Tempo macht. Über den grünen Balken haben wir schon geredet, deswegen wird hier auch keiner All-In gehen zum Start. Ich habe unsere Jungs mal in die Mitte des Feldes berufen, nicht dass die hier vorne immer im Wind fahren. Da wird, glaube ich, jetzt hier noch nicht viel passieren. Wir werden dann vielleicht hier am Berg der ersten Kategorie ein bisschen weiter nach vorne kommen. Aber an sich ist hier alles erstmal ganz gechillt. Ich glaube, die meisten Fahrer haben hier auch noch keine Probleme. Wenn wir mal so einmal den Stillstand hier reinballern. Da ist ein Fahrer bislang zurückgefallen. Das ist, oh, ja, von UAE Lipins ist dort rausgefallen. Also ein Helfer schon mal weniger für Tadi Pogacar. E-Mails Lipins, ja, zu verkraften würde ich sagen. Aber trotzdem ein bisschen verwunderlich, dass er hier schon raus ist und vor allem schon sieben Minuten Rückstand hat. Also ich glaube, die Karenzzeit, die kann der schon mal relativ sicher knicken. So, am Ende des Feldes natürlich die Sprinter, das Kropetto, was sich jetzt hier gleich bildet. Sam Wellsford haben wir schon mit sehr guten Ergebnissen bei der Tour Down Under. Alberto Dainese bei Tudor inzwischen am Start. Mareczko, der sicherlich bald rausfallen wird. Der ist immer der Fahrer mit dem schlechtesten Bergwert. Auch beim anderen Tour de France Game muss man immer warten, ne? Wann ist Mareczko endlich im Ziel? Ein Fahrer ist noch unterwegs und es ist Mareczko. So, die Sprinter, wie gesagt, hier hinten schon platziert. Jonathan Milan mit super Ergebnissen bislang. Also sicherlich auch ein Dark Horse. Ja, so Dark ist das Horse gar nicht mehr, ne? Bei Mailand Sanremo. Mit sehr, sehr starken Sprints. Ich glaube ja auch Philipsen, glaube ich, geschlagen. Jetzt im Sprint Olaf Koi, Calabune, also Caden Groves. Hier hinten formieren sich die Sprinter schon mal. Da haben wir auch Tobias Lund-Andresen, unseren Erzfeind, der uns schon so viele Siege weggenommen hat. Aber erstmal passiert hier nicht besonders viel. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, einfach jetzt mal die Etappe so gemeinsam mitzunehmen und gechillt hier durchzugehen. Weil wann hat man schon mal so ein Giro d'Italia-Finale? Wir hauen auch schon mal die Top 10 rein, wo wir gerade dabei sind. Vorne sehen wir jetzt Sene Boli mit der Plus-5-Tagesform. Im weißen Trikot des besten Jungprofis. Das werden wir auch definitiv verteidigen. Da müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen. Ausdauerwert ist heute bei 85. Zähigkeit ist heute bei 76. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten an der Zähigkeit. Generell auch am Bergwert. Bergwert 73 ist halt eigentlich nicht stark genug, um mit den Allerbesten mitzuhalten. So, das kleine Flachstück haben wir mal mitgenommen. Schauen wir nochmal zur Favoritengruppe auf den Tagessieg. Da sehen wir, dass Andrew August allerdings jetzt schon alleine am Start ist. Das wundert mich, dass Quinn Simmons dort nicht mehr mithalten konnte. Das ist wirklich ein bisschen verwunderlich. Aber vielleicht hat es viel Kraft gekostet, Andrew August da mit reinzubringen. Maxi Schachmann mit dabei inzwischen hier bei Team DSM. Bin sehr gespannt. Maxi Schachmann. Ich glaube, der Vertrag bei Bora läuft auch aus. Ähnlich wie bei Buchmann am Ende der Saison. Da ist man auch, glaube ich, noch ziemlich unsicher, wie es mit den Deutschen weitergeht bei Bora Hansgrohe. Marco Brenner jetzt ja auch bei Tudor am Start. Sicherlich auch ein Fahrer, der langfristig, wenn er die Entwicklung geht, die man von ihm erwartet, dann auch ein Kandidat ist für Bora Hansgrohe, ohne Tudor da zu nahe zu treten. Gut. Aber Bora Hansgrohe ja sowieso ein bisschen im Umbruch. Jetzt, wo auch, ich glaube, ja Red Bull noch mit einsteigt. Irgendwas war doch da, oder? Habe ich das nicht richtig mitbekommen. Deswegen wird ja auch darüber spekuliert, dass Wout van Aert und so weiter da mit dazukommen. So, ein Kilometer noch. Dann haben wir den Passo del San Bernardino überfahren. Ich weiß nicht, ob das das Dach der Rundfahrt ist. Der Passo de los Pluga sieht auch schon sehr, sehr hoch aus. Das Finale dann nicht ganz so hoch. Hinten ist Tempo immer noch okay. Nils Keller wird da allerdings gleich rausfallen. Also hier sieht man jetzt einfach, dass die Fahrer wenig Energie mitbringen, weil das Tempo ist nicht mal sonderlich hoch. Aber trotzdem müssen einige Fahrer einfach schon rausnehmen. Nils Keller, da müssen wir dann jetzt aber wechseln. Wir hatten zwei Fahrer noch übrig. Wir nehmen Jemane mal an die Seite von Zenoboli. Und dann kann Nils Keller für den Tag auch einfach Feierabend machen. Er ist der erste unserer Helfer, der rausfällt. Gleich wird Marius Meyerhofer ebenfalls rausfallen. Der war an der Seite von Mauro Brenner. Dann können wir Raymond Demosthenos da noch mit dazu machen. Und ach guck mal, wir schaffen es glaube ich sogar mit Meyerhofer noch über den Gipfel. Vorne weiterhin UAE die Tempo machen mit Vincenzo Albanese. Dann geht es jetzt hier in die Abfahrt rein. Und wie gesagt, wir gehen es mal ein bisschen ruhiger durch. Ich finde, wir machen mal eine ganz normale Etappe, so wie man sie sich eben auch auf Discovery Plus anschauen würde. Wir gehen auch nicht für die Zuschauer von Eurosport in die Werbung. Aber wir sollten gleich mal ein Wasser holen, wenn sich das hier ein bisschen wieder zusammengestaucht hat. Ich will nicht, dass da ein Fahrer ganz nach hinten fahren muss. Wir hätten ja sowieso, da machen wir schon mal den Wechsel. Wir nehmen Demosthenos schon mal für Mauro Brenner und schicken Meyerhofer einfach mal nach hinten, weil das wäre jetzt ein Verlust, den wir durchaus verkraften können. So, die Flachstücke machen mir eigentlich meistens fast noch mehr Sorgen. Aber beim letzten Mal hat Aleph Philipp einfach auch den Schuh ausgezogen, der natürlich jetzt hier noch in der Gruppe mit drin ist. Aber schon sehr enttäuschend, dass er dort nicht mehr mithalten konnte. Pogacar jetzt wieder mit einem besseren Tag. Und wir hoffen mal, dass wir heute auch wieder einen guten Tag haben. So, Meyerhofer ist jetzt am Ende angekommen. Am Teamfahrzeug. Und bringt das Wasser dann hoffentlich gleich wieder nach vorne. Unsere Fahrer regenerieren ins Maximum. Wasser ist jetzt gerade weg, aber Meyerhofer ist ein guter Beschleuniger, der seltener schnell wieder nach vorne kommen. So, wie schaut es in der Ausreisegruppe aus? Nach wie vor die sechs Fahrer. Wir fliegen wieder ein Stück vor. Gehen mal in die Perspektive. Also Hart ist sicherlich der härteste Konkurrent hier von Andrew August. Schachmann, weiß ich nicht, ob er da mithalten kann. Corleone und Formolo sind sicherlich auch nicht stark genug. Also der Sieg wird sicherlich über August hart und vielleicht noch Hirt und Schachmann gehen. Vorsprung vier Minuten ist ein bisschen wenig. Also dann hält UAE hier das Tempo doch so weit hoch, dass die vorne nicht allzu weit wegkommen. Geht dann jetzt auch gleich in den nächsten Berg der ersten Kategorie. Ein bisschen schneller können wir es schon mal stellen, weil hier passiert jetzt eh nicht viel. Wasser haben wir geholt. Meyerhofer kann dann eigentlich für den Tag auch schon fast rausnehmen. So, jetzt sind wir hier am nächsten Berg der ersten Kategorie. Vorsprung ist auf dreieinhalb Minuten zurückgegangen. Sean Quinn macht jetzt hier hinten Tempo für Richie Carapaz, der jetzt schon an zweiter Stelle fährt. Ich weiß nicht, ob das ein kluger Move ist. Aber wir sollten auf jeden Fall schauen, dass unsere Jungs ein bisschen weiter vorne fahren. Das hätten wir vorher schon machen sollen. Die Position ein bisschen verbessern. Dann jetzt doch nochmal ein Stück weiter nach vorne. Kostet natürlich hier ein bisschen mehr Energie, jetzt die Position nach vorne zu verbessern. Aber es sollte noch im Rahmen liegen. Nicht ganz in den roten Bereich gehen. So, das ist noch nicht hier die Entscheidung. So vorne Carapaz und Quinn gehen da jetzt aber schon ziemlich all in. Sehr früh. Und jetzt das Tempo enorm hoch. Bulli sieht noch ganz fresh aus. Hier kommt nochmal kleine Schotter. Abschnitt. Wo ist Karl Engel? Den haben wir hier mit dabei. Mauro Brenner ist am Start. Demustenos haben wir, glaube ich, auch noch. Ah, genau. Der ist ja vor ihm. So, Zeno Bulli, fahrt trotzdem bitte weiter. Auch wenn Tempo mal kurz rausgenommen wurde. So, hier haben wir Vlasov. Wir sind in nicht so einer guten Position. 61 Fahrer hier noch drin. Karl Engel, bleib bitte dabei. Ich will jetzt hier noch keine Einsatzbalken fahren. Ist mir ein bisschen früh, aber jetzt sind hier auch nicht mehr allzu viele Fahrer am Start. Also Karl Engel müssen wir heute opfern. Bulli ist ordentlich positioniert da vorne. Gibt gleich nochmal eine schöne Abfahrt. Sind noch 1,7 Kilometer. Und vorne übernimmt jetzt Bora Hansgrohe. Also sehr, sehr unterschiedlich, was hier gerade passiert. Einmal Education First. Achso, Quatsch. Quinn Simmons. Die Farben waren irgendwie ähnlich. Weil Carapaz das Trikot anhatte, war ich kurz dabei, dass er bei Lidl Track hier am Start ist. Aber er fährt immer noch für Education First. So, Tempo ist raus. Ist für uns gut. Wir sammeln die Kräfte. Arrieta kommt und holt sich da nochmal die Bergpunkte. Leo Heiter geht los. Aber es ging, glaube ich, nur um die Punkte. Igor Arrieta. Nochmal kurz schauen, wo er in der Gesamtwertung liegt. Achter mit 4 Minuten 30. Er attackiert gerne früh. Zu früh meistens. Und heute ist Mauro Brenner unser Mann. Den wir auf die letzten Meter mitnehmen. Und Karl Engel kann schon sein, dass er aus den Top 10 rausfällt. Ist aber jetzt nicht ganz dramatisch. So, Tempo bleibt auch in der Ebene relativ hoch. Versuchen einfach mal konstant zu bleiben. So, und gleich geht es nochmal bergab. Arrieta müsste wieder eingeholt sein. Da vorne ist er auch. Und jetzt einfach ein bisschen konstantes Tempo hier fahren. Das wäre ganz cool. Demosthenos und Co. sind alle raus, leider. Hauen wir mal auf automatisch, damit sie sich ein Wasser holen können. Sollen wir uns nochmal ein Wasser kredenzen. 17 Kilometer. Geht dann gleich nochmal in den Schlussanstieg hoch. Die entscheidenden 6,8 Kilometer sind es allerdings dann nur noch. Ich glaube, das Wasser sollte schon reichen. Da würde ich jetzt kein Risiko mehr gehen. Cenoboli wird gleich wieder ins Maximum regenerieren. Mauro Brenner ebenfalls ganz ordentlich. Karl Engel leider nicht so, weil er natürlich auch den Beschützer spielt. So, Buchmann, Almeida, Winkegaard und Ayuso gehen da los. Das muss man nicht unbedingt verstehen. Okay, jetzt sind sie aber auch wieder eingebremst. Haben sich kurz aus Versehen abgesetzt. So, Cenoboli wieder topfit. Grüner Balken. Joa, ist okay. Noch ein bisschen vorhanden. Ein bisschen reicht. Und dann wird es hier gleich losgehen. So, jetzt gibt es nochmal ein kleines Flachstück. Alter, jetzt bin ich aber auch mega nervös. So, jetzt sollten wir allerdings dann auch schön vorne bleiben. Mauro Brenner. Oh, jojojoj. Auf jeden Fall weiter nach vorne, bitte. Und zwar jetzt, wo es noch leichter geht. Und, weil Brenner brauchen wir eigentlich gleich zum Tempo fahren. So, let's go. Brenner kommt mal. Fährt uns schon mal in Position, damit wir schön in den Hügel vorne reinballern können. Wie gesagt, das Ding ist auch nicht sonderlich lang. Also, wir müssen uns jetzt auch nicht damit aufhalten, irgendwo hinten rum zu rödeln. Karl Engel bekommt schon mal Energiegel. Das natürlich jetzt komplett von vorne fahren ist auch nicht so toll. Aber Tempo hochhalten. Vielleicht können wir den einen oder anderen Favoriten ein bisschen die Flügel stutzen. Alaphilippe attackiert früh. Tempo geht hoch. So, wir hauen einmal kurz die Pause rein. Tadi Pogacar haben wir hier. Wird da jetzt ein bisschen weggedrängt, Tadi Pogacar. Mauro Brenner macht das noch sehr, sehr stark. Es sind auch nur noch 5 Kilometer. Nielsen Paulus geht los. Wo ist Pogacar? Der ist schon wieder weit hinten. 4,2 Kilometer. Und eigentlich sieht hier alles noch sehr fresh aus, aus unserer Sicht. Poli fährt man mit Brenner an der Seite. Passt schon, oder? Sieht irgendwie strange aus. So, sind alle schon ziemlich durch. Poli kriegt mal Energiegel. Da haben wir Pogacar an der Seite. Ist nicht mehr allzu weit bis oben hin. So, mal schauen. Geht da irgendwie noch was? Bricht da nochmal einer ein? Sieht nicht danach aus, als würde da jemand brutal einbrechen. Ne. Da bleibt alles relativ eng und dicht zusammen. Jetzt werden wir da, glaube ich, einmal kurz weggeklemmt von Alaphilippe. Und dann kommt wahrscheinlich Pogacar auch gleich noch vorbei auf den letzten Metern. Ja, da zieht er noch vorbei. Also es bleibt alles eng zusammen. Das war jetzt nicht das mega spannende Finale, das man vielleicht gerne gehabt hätte. Vielleicht hätten wir früher was machen müssen. Aber ich glaube, das wäre uns auch nicht gut zu Gesicht gestanden mit den kleinen grünen Balken. So, Andrew August holt sich dann auch den Sieg vor. Jan Hirt und Tao Hart. Pogacar auf der 4. Keine Zeitbonifikation. Zeneboli auf der 5. Alaphilippe auf der 7. In der Gesamtwertung bleibt alles gleich. Und im abschließenden Zeitfahren werden wir sicherlich den Giro d'Italia nicht mehr gewinnen können. Aber es war auf jeden Fall eine starke Leistung. Jetzt muss natürlich Karl Engel auch irgendwann, boah, ja, 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 nochmal reinkommen. Der verliert heute seine Position und zwar mehr als deutlich. Verliert heute rund 6,5 Minuten auf die Tagessieger. Ich weiß nicht, wie groß der Abstand dann von Pogacar und Boli war. So, jetzt bin ich gespannt. Zeitfahren versuchen wir natürlich. Ja, 2, 3 Minuten werden wir wahrscheinlich verlieren. Aber mit einer guten Tagesform, die die Konkurrenz auch haben wird, es wird schwierig werden. Wir gehen rein ins Finale des Giro d'Italia. Jonas Winkegaard, 10. in der Gesamtwertung, geht von der Rampe. Wir sehen Michael Hessmann auf der 11. Und Karl Engel, der heute eine gute Tagesform hat. Plus 5. Ich bin gespannt, was Zeno Boli hat. Das sollte schon mindestens eine Plus 3 sein, sonst haben wir ein Problem, dort zu bestehen. Jan Christen auf der 14. in der Gesamtwertung. Ihr Helfer für Ricci Carapaz gewesen. Bitrago, der nächste Kolumbianer, den wir hier auch haben. Kolumbianer generell ja gut gestartet, auch in die Saison. Also Carapaz ist Venezuelaner. Nicht, dass da jetzt Missverständnisse aufkommen. Arieta geht los. Auch kein besonders guter Zeitfahrer. Dann haben wir Leo Hayter, der mit 3 Minuten 30, ja immer noch in Reichweite von Zeno Boli ist, würde ich sogar sagen. Paulus, 74er Zeitfahrwert. Da bin ich gespannt, was die Jungs jetzt hier noch so raushauen können. Momentan Filippo Ganna. Wir sehen, die Abstände zu Filippo Ganna sind so circa 4 Minuten 18. Die Tagesform sollte heute bei Zeno Boli allerdings so sein, dass er schon einen 70er Zeitfahrwert hat. Also wenn wir auf Ganna rund 3 Minuten verlieren, sollten wir vielleicht auf Pogacar und Co. maximal 1,5 bis 2 verlieren. Karl Engel ist jetzt hier schon beim ersten Messpunkt durch. 1,18 sein Rückstand auf Filippo Ganna. Das ist erstmal okay. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt kommt Ricci Carapaz, der vierte der Gesamtwertung mit 2,45. Also zweieinhalb Minuten Vorsprung auf Carapaz haben wir. Der jetzt nicht der allerbeste Zeitfahrer ist. Dann haben wir Enric Maas, auch nicht der herausragende Zeitfahrer. Aleph Philipp mit der 75. Der könnte sicherlich noch an uns vorbeigehen. Hängt dann sehr davon ab, wie eben seine Tagesform ist. Und bei Boli sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es könnte eine plus 4 sein. Circa. Und dann hauen wir ihn nämlich auch direkt vom Beginn an. Boah, plus 5. Sehr nice. Also das ist das Maximum, was drin war. Plus 5 Tagesformen für Ceno-Bulli. Karl Engel nach wie vor jetzt zwischen den beiden Messpunkten am Start. Wir schauen mal, was die anderen Fahrer so machen. Wir haben Leo Hayter mit 35 Sekunden Abstand bei der ersten Zwischenzeit. Jetzt kommt Nielsen Paulus, der eigentlich sogar noch mal schneller sein sollte. Aber es ist natürlich sehr tagesformabhängig. 24 Sekunden seinen Abstand. Und Henrik Maas kommt da ums Eck. Wir können, glaube ich, Karl Engel echt ein bisschen schneller losschicken. Und machen das mit Boli auch mal. Gehen auch mal auf die 80 direkt. Hier gibt es nicht viele Schwierigkeiten. Wenig Kurven oder sonst was. So, wir gehen noch mal ganz kurz zum ersten Messpunkt. Carapaz kommt da jetzt durch. Und hat 1 Minute 11 schon verloren. Dann Henrik Maas mit 49 Sekunden. Also das ist jetzt nicht ganz so stark. Alaphilippe wird allerdings jetzt hier sicherlich eine gute Zeit hinlegen. Ich würde mal sagen, so 20, 30 Sekunden Abstand wird Alaphilippe haben zur Spitze. 35 Sekunden. Hier kommt Ceno-Bulli ums Eck. Sicherlich keine neue Bestzeit werden. Aber Karl Engel hat da vorne auch noch relativ viel Energie. Schauen wir mal Ceno-Bulli. Wahrscheinlich so 45 Sekunden. Wie viel ist es? Eine Minute. Die er dann doch schon verloren hat. So, Engel können wir noch ein bisschen schneller drehen. Ist nicht mehr allzu weit. Dann können wir hier sogar die letzten Meter mit Karl Engel nochmal richtig durchziehen. Und dann ist Karl Engel im Ziel. Mit 3 Minuten 40 Abstand auf Philippe Ogana. Das ist schon mal ein Fingerzeig. Bei der ersten Zwischenzeit sehen wir jetzt gerade nicht mehr, oder? Können wir nochmal vorne hingehen? Ne. Ist leider schon ausgeblendet. Da war er, glaube ich, langsamer. Also, Bulli. Wir haben Pogacar mit 11 Sekunden. Also, der Giro d'Italia-Sieg wird es nicht werden. Es wird kein Wunder werden. Es geht jetzt nur darum, Alaphilippe eben hinter sich zu halten. Und da haben wir 85 Sekunden, 85, 25 Sekunden verloren bei der ersten Zwischenzeit. Da sehen wir, Pogacar sieht auch Bulli schon. Also, das könnte auch eng werden, dass er eingeholt wird. 13 Kilometer sind es noch. Bis ins Ziel. Kleines bisschen runtergehen. Der gelbe Balken entfernt sich langsam vom Finisher-Balken etwas. So, zweite Zwischenzeit. Ich glaube, Carapaz können wir ein bisschen rauslassen. 2,21. Alaphilippe mit 1,10. Pogacar kommt immer näher. Der allerdings auch nur 11 Sekunden hinten dran war. Also, das werden wir definitiv nicht holen. Wir drehen wieder ein bisschen höher mit Zenoboli. Alaphilippe sehen wir auch nicht mehr. Wir haben 1,52. Es sind 42 Sekunden auf Alaphilippe. Es ist alles noch im Rahmen. Das kann uns hier ziemlich egal sein, was Pogacar hier abzieht. Carapaz, Enric Mas mit 2,47 im Ziel. Müssen wir natürlich auch auf Nielsen Paulus und so weiter achten. Der hatte 1,09 Abstand im Ziel. Sehr, sehr stark. Das könnte dann auch nochmal eng werden. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich Pogacar. Bleiben wir jetzt mal bei Zenoboli. Pogacar fährt da sogar ran an Carapaz, der hinten raus auch richtig einbricht. So, wir drehen hier vielleicht nochmal ein kleines bisschen höher. So, Pogacar wird gleich an uns vorbeifahren. Das ist aber wenig verwunderlich. Jetzt geht es bei uns an den roten Balken. Pogacar ballert da jetzt nochmal richtig durch. Holy fuck. Wir können da nicht mehr nachlegen. So, Alaphilippe ist wo im Ziel? Wir sehen ihn nicht in den Top 20. Aber Nielsen Paulus ist auch nicht so weit weg gewesen. 1,09 war es bei ihm. Jetzt kommt Pogacar da rein. Wir verlieren hinten raus auch nochmal. 2,50 sind es insgesamt. 1,50. Wir hatten, glaube ich, zwei Minuten auf Aleph Lieb. Es müsste eigentlich gepasst haben mit dem zweiten Platz für Zenoboli. Jawohl. Richtig nice. 2,30 Minuten. Dann im Endeffekt der Abstand auf Tadi Pogacar, der uns natürlich jetzt im Abschlusszeitfall noch überholt hat. So ein bisschen wie Ulle damals. Als er Richard Vironk überholt hat und wie er ihn überholt hat. Aber nice. Zweiter Platz beim Giro. Das ist doch mal ein Start für Team Bike Aid. Wie er im Buche steht. Die Bergwertung geht an Jan Hirt vor Andrew August. Das ist nochmal knapp geworden. Da sind wir dann leider nicht in den Top 10. In der Punktewertung sollte Meierhofer aber irgendwie Top 10 sein. Sechster Platz für ihn. Siebter Platz für Zenoboli. Die Nachwuchsfahrerwertung holt sich Zenoboli beim Giro vor Igor Arieta. Und Karl Engel auf der 3 ist ja auch nice. Auch wenn er leider dann ein bisschen abgebaut hat hinten raus. Mauro Brenner auf der 8. Raymond Demosthenos beim Debüt mit 3 Stunden 22 Rückstand auf der 9. Nicht allzu viele junge Fahrer hier dabei gewesen anscheinend. Und der vierte Platz dann in der Teamwertung. Aber auch nur mit 17 Minuten Abstand. Wenn man sieht Bora Hansgruhe mit einer Stunde 18. Da waren wir doch bei den ganz ganz großen Teams vorne mit am Start. Also wir ballen die Faust. Zweiter Platz. Das ist mehr als wir uns davon versprochen hatten eigentlich. Haben natürlich profitiert davon, dass sowohl Alain Philipp als auch Pogacar immer mal eingebrochen sind. Wir waren konstant gut, hatten sicherlich einige taktische Schwächen ab und zu mal mit drin. Aber an sich können wir damit sehr, sehr gut leben. Und das sollte auch ordentlich Preisgeld geben. Da gehen wir mit 149.000 auf jeden Fall wieder schön ins Plus rein. Und ja, dann wirft natürlich, wie gesagt, die Tour de France schon ihre Schatten voraus. Wir haben jetzt noch die Dauphiné. Wir haben die Tour de Suisse, die wir als kleine Vorbereitung mit reinnehmen. Da müssen wir auch schauen, welche Fahrer wir wirklich in die Vorbereitung mit reinnehmen, damit der Formhöhepunkt dann eben auch passt. Jörg Zimmermann. Weiß ich gar nicht, wie es da mit der Fitness aktuell so aussieht. 96% Fitness. Formhöhepunkt. Ai, 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 ai. Das ist jetzt aber nicht so gut, dass der Formhöhepunkt da jetzt schon kickt. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Also das ist schon mal sehr schlecht sogar. Ich meine, wir haben jetzt Mai, es ist noch bis Juli. Wir müssten auf jeden Fall aufpassen. Er sollte jetzt, ja, wenn er seinen Formhöhepunkt jetzt triggert, aber klar, er hat natürlich hier auch ein Ziel mit drin. Das war nicht so clever vom Formaufbau her. Also die Tour de France könnte schwieriger werden. Da setzen wir ja eigentlich komplett auf Georg Zimmermann, Michotte natürlich noch für das grüne Trikot. Trikot, ein Shot. Dann haben wir Emil Herzog, Vlad van Mechelen mit dabei, Negazi Abrea, Gebreik, Sabir und Assemadi. Aber das kann schwer werden. Also Zimmermann ohne Formhöhepunkt bei der Tour de France. Dann wird die Tour eher Richtung Bergtrikot gehen. Weniger auf Gesamtwertung, was natürlich immer nicht ganz so spannend ist. Aber mit Michotte grünes Trikot, mit Zimmermann dann vielleicht eher Bergtrikot, weil wir mit den Allerbesten dann eben auch nicht mithalten können. Aber Zimmermann ist ja nicht so viel schlechter als Senoboli eigentlich. Eigentlich sogar ziemlich ähnliches Niveau. Höchstens Mittelgebirge ist da ein leichter Unterschied. Also da schauen wir, was wir machen. Zimmermann auf Bergtrikot, Michotte auf grünes Trikot. Dann natürlich Etappensiege wollen wir holen. Wenn sich für die Gesamtwertung irgendwas ergibt, werden wir natürlich auch da sein. Aber das lasse ich jetzt erst mal so offen. Dann haben wir natürlich noch die Vuelta a España. Da haben wir noch gar kein Team zusammengestellt für. Ich müsste sowieso den Rest der Saisonplanung noch mal machen demnächst. Aber jetzt sind wir erst mal froh, dass wir den Giro d'Italia mit einer guten Konkurrenz sehr stark abgeschlossen haben. Eigentlich auch overperformed haben mit dem zweiten Platz. Mit ein bisschen mehr Glück hätte es sogar zum Sieg reichen können. Aber das machen wir dann einfach nächstes Jahr. Senoboli wird sich sicherlich noch entwickeln. Hat noch Vertrag bis 2029. Wir haben ihn ja gerade erst verpflichtet. Da ist noch viel, viel Potenzial da. Für den eigentlichen Puncheur. Aber auch Etappenrennen und Bergfahrer geht noch einiges. Dann würde ich nämlich jetzt endlich mal frühstücken. Verabschiede mich. Versuche, wie gesagt, in den kommenden zwei Wochen sehr, sehr viel aufzunehmen, damit ihr ordentlich Rennaction habt. Ich sehe ja auch, wie Bike Aid geliebt wird. Auch die Aufrufzahlen sind immer sehr, sehr gut. Freut mich auch. Wie gesagt, momentan ist der Fokus in meinem Leben halt durchaus anders. Jetzt erst mal diese Scheiß-Studium-Ausbildung fertig bekommen und dann steigen wir auch wieder voll ein. Dann können wir auch wieder Streams und so weiter machen. Aber Streaming habe ich für mich jetzt erst mal komplett hinten angestellt. Ich weiß, es werden immer Witze gemacht. Haha, er streamt einmal im Jahr. Aber es ist privat halt auch viel im Hintergrund, was man in den Videos häufig nicht mitbekommt, was erledigt werden muss. Und deswegen hat man dann nicht immer den Kopf dazu. Es ist ja ein Hobby. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich hiermit meinen Lebensunterhalt verdiene. Und es ist ein tolles Hobby, was über die Jahre gewachsen ist und tolle Community dahinter. Aber es ist halt, wie gesagt, schwierig, alles dann immer unter eine Glatze zu bringen. Gut, jetzt will ich euch nicht zulabern. Dankeschön fürs Daumen drücken beim Giro. Dauphiné, Tour de Suisse, Tour de France kommen dann in den kommenden Tagen die nationalen Meisterschaften. Nehmen wir natürlich auch gerne noch mit, wobei die mich immer ein bisschen zur Verzweiflung bringen. Aber dann hoffe ich, dass wir bei der Tour de France ähnlich spannende Rennen haben mit ein bisschen anderem Fokus, wahrscheinlich weniger auf Gesamtwertung.